Hallo und ganz herzlich willkommen bei Cybersoft. Heute geht es mal um die Installation von Windows 2000 auf einem Dell Laptop. Wir werden das ganze heute nicht in einer virtuellen Maschine machen, sondern wie gesagt auf einem richtigen Rechner. Ich habe die Windows 2000 CD schon hier ins Laufwerk gelegt. Wir werden das ganze jetzt einfach hier mal starten, drücken jetzt eine beliebige Taste, wenn der Bootloader hier kommt, warten hier kurz ab bis das Setup geladen wird. Es werden jetzt hier die ganzen einzelnen Dateien geladen und das dauert immer einen kurzen Moment. Sind wir hier im Setup angekommen und wir drücken erstmal Enter. Den Lizenzvertrag, den müssen wir natürlich annehmen, das heißt wir drücken F8. Jetzt ist hier schon mal Windows installiert gewesen, das heißt wir müssen erstmal hier die bestehende Partition löschen. Das erfolgt hier mit mehreren Bestätigungsschritten. Zuletzt wird das hier noch einmal bestätigt und am Ende haben wir hier den unformatierten Bereich und da formatieren wir jetzt unsere neue Partition mit NTSF. Das Ganze wird einfach bestätigt und jetzt beginnt hier die Formatierung. Das dauert immer je nach Rechner immer ziemlich lang. Zu guter Letzt werden hier die Dateien kopiert. Auch das kann je nach Rechner immer ein bisschen dauern und jetzt sind wir hier schon in der Geräteeinstellung. Da drücken wir uns hier durch, geben unseren Namen an, geben hier den Produktkey ein. Ich werde den Produktkey hier nicht mit eingeben, denn das ist ein richtiger Rechner hier und er klebt wie gesagt hinten drauf der Key und deswegen das Ganze hier nicht mit eingeblendet. Hier wird jetzt einfach noch unser Computername eingegeben und wir drücken unten einfach auf Weiter. Datum, Uhrzeit, das sollte soweit stimmen, also unten einfach auf Weiter. Die Netzwerkkonfiguration, die passen bei mir auch soweit. Wir drücken uns hier einfach durch. Auch die Arbeitsgruppe, die passt hier weiter. Zu guter Letzt hier noch auf Fertigstellen geklickt und jetzt wird der Rechner einmal neu gestartet. Nach dem Booten startet Windows 2000 hier zum ersten Mal. Das seht ihr gleich. Und jetzt könnte man natürlich noch einen Treiber hier installieren, gerade für die Grafik. Das würde aber das Video etwas in die Länge ziehen. Deswegen machen wir das im nächsten Video. Ich bedanke mich hier erstmal fürs Zuschauen und wünsche euch wie immer einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss. Hey, vielen Dank, dass du das Video hier bis zum Ende angeschaut hast. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib dem Video doch bitte einen Like oder unseren Kanal ein Abo. Beachtet doch noch bitte unsere rechtlichen Hinweise, dass alles, was in diese Videos hier passiert, auf eigene Gefahr geschieht. Jeden Dienstag und jeden Donnerstag gibt's hier auf unserem Kanal ein neues Video rund um die Welt der IT.